Unten liegen Tote. Wollen wir das schon? Nee. Alles klar, Zeus. Macht's gut. Oh, wein. Und bis bald. Oh. Oh, nee, das Vieh. Die Korn. Gute Arbeit. Gleichfalls. Da. Easy peasy. Wir machen das Story-Mode. Nichts versteckt, nee. Hilfst du mir? Muss ich? Wär gut, ja. Danke. Sie werden toll, wenn ich dich in der Güste zurücklassen würde. Oh, guck an. Ein Reit hier. Das Spamehl. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Sicher. Ein Versuch ist es wert. Eine Oase. Wir sind gerettet. Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Aber CPU läuft auf 100%. 4,8. Megahertz. Äh, gigahertz. Megahertz. Die Zeiten sind vorbei. Na, ihr Viecher. Macht doch mal nicht so einen Stress, Lady. Noch ein bisschen gucken. Da, hier. Das hat sich nie wieder versteckt. Nichts. Stinknormale Höhle. Ah, Speicherpunkt. So. Sonst nix zu holen. Aber schön. Sieht hubsch aus. Ja, und wie zählt man so ein Ding? Das bringt mehr. Hallo. Hallo. Hm. Hallo. Ah. 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 Das war ja einfach. Na los. Cool. Kriegt man sich nur, was hat sich die Evolution dabei gedacht? So lange Beine. Ein Haikopf. So ein kleines Schwänzchen da hinten. Hm. Wo geht's da hin? Oh, da kommen wir her. Ja, ja. Zu weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaya. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Das war ja wieder zurück. Ich habe möglichst viel geholt. Wollen wir das denn? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Nee, ne? Weil da geht's ja nicht weiter. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Das ist der Rückweg. Sid. Nicht so schnell. Oh. Springen kann er nicht. Kann er da runter? Nee. Kann er nicht. Aber hier lang. Okay, alles gut. Langsam. Mach dir nicht in die Hose. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege... Ach, Kürzung. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Kann ich aber nicht aktivieren, ne? So ist das gut. Aber nichts absteigen. Oh, streicheln, oder? Guck mal, so ist der rechte Hinterlauf. Hey, mein Freund. Okay. Geh mal weiter. Auf unserer Giraffe. Die Giraffe aus einer anderen Welt. Na, tschüss. Oh, da kann man hoch. Sparmähl, Freund. Geht das nicht schneller? Sparmähl. Halt. Ne, sah nur so aus. Lauf, Sparmähl. Lauf. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Okay. Oh, da hinten. AT, AT. Und der Wind wird stärker. Oha. Wir müssen schneller werden. Das Sparmähl hat Angst. Es wärst sich. Ja, klar. Äh, wo ist die Lady? Barron! 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 Kannst du mich hören? Ich seh sie nicht bei dir. Aber ich seh etwas. Ich seh sie nicht bei dir. Ja. Ja. Barron! Wir kommen! Du bist okay? Vorerst. Hier langs. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Geil. Barron! 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 Es recycled! Barron! 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 Oh. Wüstenklappen. Okay. Und. Oh. Wir sind nämlich gut. Oh. Boah, die ist... ATSC, so heißen die, okay. Haben wir. Oh. Oh. Aber siegte die. Oh. Hey. Oh. 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 Ach, was ein Geruckel eben. Oh. 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 hast du das ja das ist doch nicht etwa das bei mir muss unterschlupf gefunden haben hier lang das sparmehl hat uns gerettet dann verzeihen wir ihnen das ist uns zurück das sparmehl hat uns im stich gelassen ich wollte es gerade sagen spanier gestanden spamehl das sollte für die nacht reichen setz dich was haben du erlebt seit wir uns das letzte mal gesehen haben dasselbe wie immer das imperium bekämpfen aushelfen wo es geht wir konnten nirgendwo lange bleiben und ich glaube wir sind auf etwas gestoßen ein ort wo das imperium uns nicht finden kann aber ich musste den kampf aufgeben und viel mehr als kämpfen kann ich nicht sie in das feuer es schenkt dir wärme es lässt dich nicht allein in dunklen einsamen nächten oder doch lässt man es außer acht werden die flammen alles auf ihrem weg verzehren bis nur noch asche übrig bleibt in kalten nächten aber nächten wie dieser ist ein wärmendes feuer perfekt und die gesellschaft ist auch nicht übel oder habe ich vermisst ich dich auch und gar bunga party ich konnte nicht bleiben kann ich musste erst lernen die galaxis auf meine weise zu sehen was hast du gefunden mich selbst im angesicht aller wesen und welten auf die ich stehe dato mir bleibt natürlich meine heimat aber es kann nicht bestimmen wer ich bin mir war nie klar warum du gegangen bist aber jetzt wo wir hier sitzen glaube ich du hast das richtige getan romantisch gleiche wächst das lichtschwert du hast eine stelle übersehen morgen das wetter hat aufgeklart gehen wir ja